Hallo, mein Name ist Robert Matern. Ich bin Produkt-Honor für die California on Tour App, die ich Ihnen heute vorstellen darf. Sie möchten Ihre nächste Campingreise planen und wissen nicht, welche Camping- oder Stellplätze für Sie in Frage kommen? Dann hilft Ihnen unsere California on Tour App für iOS und Android-Smartphones weiter. Entdecken Sie über 23.000 Campingplätze und über 6.000 Stellplätze in ganz Europa. Geben Sie einfach Ihren Zielort ein und lassen Sie sich mit einem Klick Ihre Campingplätze anzeigen. Ist nicht der passende Campingplatz für Sie dabei, passen Sie den Kartenausschnitt an und lassen Sie sich neue Campingplätze anzeigen. Haben Sie einen passenden Campingplatz gefunden, lassen Sie sich mehr Informationen anzeigen und speichern Sie ihn für später ab. In Zukunft können Sie die Campingplätze und Stellplätze nach Ihren individuellen Kriterien suchen und filtern und für spätere Reiseplanungen pflegen. Außerdem finden Sie in der App noch viele andere Orte, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, Zoos, Sehenswürdigkeiten, Schwimmbäder und vieles mehr für Ihre persönliche Reise. Zusätzlich sind viele technische Informationen zu Ihrem California in der App hinterlegt und bei Bedarf schnell abrufbar. So haben Sie alle relevanten Daten immer dabei und sind bereit für das nächste Van-Live-Erlebnis. Alles, was Sie tun müssen, ist loszufahren. Viel Spaß! Vielen Dank!